Linke und auch Linkskatholiken versuchen gerade Bischof Rudolf Vorderholzer von Regensburg zu skandalisieren, weil ein Foto aus dem Marsch für das Leben erschienen ist, in welchem Bischof Vorderholzer neben einem angeblichen Rechtsradikalen zu sehen ist. Das Bistum Regensburg hat sich von diesem Foto distanziert und hat sogar rechtliche Maßnahmen angekündigt. Ich meine, das hätte das Bistum bzw. Bischof Rudolf Vorderholzer gar nicht machen müssen und vielleicht gar nicht machen sollen. Denn aus verschiedenen Gründen. Erstens, Bischof Vorderholzer kann nicht die Gesinnung jedes einzelnen Teilnehmers einer Demonstration kennen. Wenn er zum Marsch für das Leben geht, wenn er zu einer Klima-Dema geht, wenn er zu einer Demonstration der Gewerkschaften für höhere Löhne geht und dort auch auftritt, weiß er nicht, welche Gesinnung von jedem einzelnen Teilnehmer ist. Das ist völlig unmöglich. Das wissen natürlich auch die Angreifer. Denen ist das völlig egal, denn sie wollen lediglich skandalisieren und sie wollen natürlich den Marsch für das Leben framen als eine Veranstaltung, die quasi von Rechtsradikalen unterwandert ist. Das dürfen wir niemals akzeptieren. Es gibt aber einen zweiten Grund. Erstens, es gibt ja auch eine gewisse Unschuldungsvermutung. Dieser Herr, das ist ein jüngerer, blonder Herr, macht ein Zeichen und man sagt, ja, das sei rechtsradikal oder sogar ein rassistisches Zeichen. Ich meine, auch für ihn gilt die Unschuldungsvermutung. Meint er das? Hat man ihn gefragt, was er mit diesem Zeichen sagen wollte? Ich meine, das muss ja zunächst mal eruiert werden. Das kann man ja nicht allein aus dem Foto sehen, sondern man müsste irgendwie eine Stellungnahme irgendwie haben. Aber es gibt einen dritten Grund, warum ich der Meinung bin, warum Bischof Vorderholzer sich hätte nicht restanzieren brauchen bzw. müssen. Und zwar deshalb, weil man darf sich niemals auf das Narrativ, auf das Framing, auf die Kontextualisierung der Gegenseite einlassen. Es ist auch klar, dass die Linken und auch die Linkskatholiken Bischof Vorderholzer skandalisieren wollen, weil sie den Marsch für das Leben insgesamt skandalisieren wollen und sagen, ja, das ist im Grunde genommen eine völlig unterwanderte Geschichte von Rechtsradikalen. Was natürlich eine völlige Lüge ist. Jeder, der diesen Marsch kennt, weiß, das ist nicht der Fall. Man darf sich nicht auf die Kontextualisierung, auf die Argumente, auf das Narrativ der Gegenseite einlassen. Man muss das eigene Narrativ eigentlich kommunizieren. Und abgesehen davon ist es zwecklos. Denn die Linken werden das auch niemals akzeptieren. Denn natürlich werden sie weiterhin versuchen, den Marsch für das Leben und auch Bischof Vorderholzer zu skandalisieren. Die werden nicht irgendwie ihre Strategie ändern, egal wie viele solche Stellungnahmen abgegeben werden. Deshalb hätte, meine ich, das bis zum Regenspunkt sagen sollen, es ist absurd von Bischof Vorderholzer, die Gesinnung jedes Einzelnen zu erfragen. Er geht wegen der Sache hin, wegen dem Lebensrecht. Und diejenigen, die jetzt versuchen zu skandalisieren, tun das mit einer schlechten Absicht, mit einer böshaftigen Absicht. Und sie betreiben nichts anderes als eine Propagandakampagne gegen Bischof Vorderholzer und gegen den Marsch für das Leben. Vielen Dank.